so dass er hat ein bisschen unterbelichtet aus so bin ich nun mal eben noch mal dass ich ein bisschen setten das sieht jetzt so ein bisschen aus wie in den livestreams aber da ist die kamera willkommen zu einer folge clash of clans mit mir im torsten ja ihr seht ein schönes feines kleines dorf habe ich mir jetzt eben ja tatsächlich auch mal ein dorf gebastelt denn ich fange auch ganz gerne mal kleinere accounts und dann kann man wieder so ein bisschen kleiner so ein bisschen kleiner denken der stress mit den ärzten ist vor allen dingen weg weil hier gibt es noch kein ärz aber ich bin hier in einem oder bei einem projekt beigetreten wenn ich jetzt die clan book finde dann weiß ich auch wieder wie das hieß hier bei henrik.de das ist der zweite clan also hier nehmen so ein paar leute daran teil auch ein paar die so ein bisschen das ganze projekt hier mit mit stream er auch selber nur bin ich ganz ehrlich ich weiß ich kenne moment das ziel noch nicht ich das ziel noch nicht ob das ziel jetzt war schnell auf 16 raschen oder ob das ziel war ich baue komplett aus ihr kennt meine ziele ich baue komplett aus und das dauert natürlich länger hier keine frage gerade bei solchen accounts ratos level 5 ist ein kleiner horror level würde ich mal so sagen also für mich ist es ein horror level weil hier die mine und sammler auf level 10 hoch gehen und das dauert ganz schön also auch wenn die bauzeit immer nachgelassen hat im laufe der clash of clans zeit also rathaus 12 13 14 15 16 es wird ja immer kleiner ist es noch ziemlich lang weil du hier noch so gut wie kein pushtrank hast oder sowas oder als ein bildertrank oder so hier hast du ein ressourcen tranken trainingstrank okay das sind alles tränke und auch den hier brauche ich längst noch nicht weil ich natürlich im nachthof auch noch nicht so weit bin da wo du natürlich die guten bildertränke bekommst ist hier im shop ja da kriegst du drei vier fünf sechs sieben sieben von den bilder bilder dingern wenn du die alle holst hier also auch die teuren pakete hier hinten und das natürlich ein bisschen doof das ist ein bisschen ja ein bisschen teuer denn dieses projekt hier heißt irgendwie das steht ja auch drin goldpass projekt start erste erste 24 ich habe den also tatsächlich am ersten ersten 24 unter erschwerten bedingungen erstellt und bin ja auch schon im nachthof tätig denn ich versuche hier irgendwie diese gemmine hier ins leben zu rufen allerdings 120.000 die gehen hier zwar schon rein nur ich muss sie auch rein fahren problem ist dass ich jetzt kein bonus mehr bekomme das heißt wenn ich jetzt in meinem lowdorf hier anfange hat doch ich kann die polier doch einsetzen ich sehe es gerade ich kann die polier doch einsetzen da braucht man nicht solle holz haus nicht für da muss ich mal eben schauen weil ich bin ich habe jetzt eigentlich schon etwas zu wenig kapazität wenn es darum geht hier die dörfer anzugreifen also es ist gleich doch wie ich auch aber ich habe halt noch nicht gebaut und deswegen stellt sich das so ein bisschen hin ich kriege so sechseinhalb ich muss mal gucken was jetzt für die für so eine verteidigung gibt hier das heißt also der gegner hat ja verteidigt zwei sterne zwei sterne was es jetzt dafür gibt denn die gemini möchte ich natürlich auch ganz gern mitnehmen den vier den fünften bock möchte ich mir auch ganz gerne erspielen die ersten zwei nächsten bobs sind eigentlich ganz einfach zu erspielen viel viel sammeln paar projekte machen pokale machen und dann hat das das ding aber hier gibt es halt jetzt aber ich habe ich sehe ich kann ich kann das glas doch schon einsetzen und könnte dann auch so weiter gold bekommen weil im moment bekomme ich natürlich hier jetzt kein kein gold für oder doch ich kriege doch gold kriege ich aber kein bonus habe ich jetzt gold bekommen oder nicht aber ich bekomme keinen bonus und das ist ein bisschen ja es geht ja halt noch nicht so richtig so richtig weiter oder so richtig munter weiter und aber hier gibt es jetzt 1500 mein gott und nicht gerade die welt und aber ich habe das gefühl hier rushen alle ich habe das gefühl die rushen alle außer ich alle rushen außer ich neues projekt so steht so am titel und ich habe mal 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 geschaut hier in den clan wer ist denn eigentlich erst und wer ist zweiter was mir richtig auf den senkel geht weil ich habe eben mal geguckt wer ist denn noch wer ist denn eigentlich noch low als ich ja es gibt noch welche die sind noch low als ich aber ich habe jetzt auch die ganzen tage kaum gespielt weil wenn einmal das lager hier voll hast also hier die millionen drin und hier die millionen drin weil die habe ich natürlich schon schon fertig dann kannst du damit alles bauen erst mal zwei drei tage kommst du mit locker aus wenn ich sogar 458 tage und hier steckt ja auch noch was drin ja also ein bisschen gold hat passion auch ein mauer bräuch nicht mehr machen die sind ja easy peasy auf dem level aber wenn ich hier dann noch mal reingehe das geht mir echt offen sagt dass der letzte filter den ich hier gesetzt habe nicht einfach stehen bleibt ich möchte immer als erstes heisst townhall weißt du gehst hier raus gehst hier rein gehst da rein bleibt dieser letzte filter hier nicht drin stehen und dass er das ärgert mich natürlich ein bisschen aber im moment heino ist hier schon radhaus level 11 ja wir sind zeitgleich eingefangen das muss wir vorstellen wir sind zeitgleich angefangen okay heino spielt natürlich auch 24 x 7 ja das kann ich wiederum nicht machen und aber ihr seht das heino hat noch nicht mal doch heino hat jetzt endlich die rockrader auf level 1 endlich auf level 1 aber ich wie gesagt ich habe bei vielen das gefühl dass es hier darum nur darum geht russian 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 und alles was geht ihr seht hier das ist alles low def min und sammler hier auf level 2 bis 1 und ja es kann natürlich sein dass es hieß wer ist als erster level 16 und dann löse ich das ganze auf da habe ich schon mal an so ein projekt teilgenommen das war bei news da war das so wäre es als erster level 15 und dann war das projekt vorbei na klar leer naja wenn es das denn ist aber okay ich habe ich habe den account ich habe auch noch einen anderen account in sabreningen den ich mir gemacht habe und gucke jetzt dass ich hier so ein bisschen in diesen aktiven pass rein spiele denn erster braß aus level 7 kann ich überhaupt da mal ein pass pass spielen und ab da gibt es den pass erst und würde natürlich jetzt demnächst ganz gerne auch die clanspiele mitspielen und würde gerne viele viele pokale machen man man will immer viel aber der geist ist der geist ist zwar da aber es muss doch da sein okay wir probieren denn mal der ist viel stärker als ich viel viel stärker als ich und jetzt gehen erst alle dahin wir müssen ja ein bisschen blitzen das reicht da noch nicht ganz für den den minenwerfer das reicht noch nicht ganz für einen minenwerfer was aber nicht so schlimm ist der ist jetzt weg mal sehen vielleicht reicht jetzt hierfür für die luftabwehr noch dann können wir hier nämlich hier hinten rüber 123 mit unseren wahnsinnsloons hier reinkommen und braucht die klammburg nicht setzen mal gucken wo der markt der magertum ist mächtig mächtiger magia turm mächtiger magia turm aber ist noch abgelenkt und noch immerhin die sind schon level wir sind schon auf level zwei meinen uns ja aber so kann man es ganz gut machen so machen natürlich jetzt auf jeden fall ein paar pokale aber wir haben halt auch immer wieder die wartezeit hier weil wie gesagt es gibt keinen tank und nichts das da könnte super selber ein bisschen nachbessern dass gerade ich meine sie haben schon alles forciert dass man alles sehr schnell machen kann oder dass du die ersten rathaus sachen recht zügig bekommst allerdings bekommst du sie immer noch nur wenn du raschst wenn du hier regulär baust dann ihr seht ich meine erste erste wir haben jetzt heute den elften ersten dann habe ich das in zehn tagen geschafft und habe so gut wie es geht auch geclasht ja ich habe so gut wie es geht geclasht habe mir oftmals ein timer gestellt waren meine sachen wieder fertig wann kann ich meine bauarbeiter weiter beschäftigen aber mehr habe ich dann auch nicht gemacht ich hätte jetzt natürlich auch pokale pushen können ohne ende aber 16 ist mir auch ein bisschen wenig manchmal denkst du auch warum kriege ich hier für sonne lowdorf 25 pokale und für so ein besseres bekomme ich nur 16 ja das ist ganz gut ausgebaut hier das sieht gut aus allerdings für mich ein bisschen stark glaube ich wir können es aber trotzdem mal obwohl die bogenschützentürme die hunde alles runter das wird nix das sieht man als er als jahrelanger clasher sieht man das einfach dass das nix wird ja sowas erst recht nicht aber natürlich lot ohne ende die sie ganz gut aus bisschen zu stark die bogenschützentürme der ist der sieht super super gut aus weil der da hinten noch so ein paar sachen hat 24 mal def ok ist auch keine falle dann soll der main werfer ist einmal schießen macht er gar nicht okay der main werfer schießt gar nicht erst der muss hier ein bisschen mitfallen okay weil sonst schießt der main werfer gleich auf meine armen bogis das möchte ich nicht wo die sind schon alle dauernd ihr seht das wie wie lange die riesen alleine brauchen hier ihr seht wie lange die riesen alleine brauchen aber meine level drei bogenschützentürme hier die reißen ist ja ganz gut ich muss jetzt drei stück beweist mir mal auf und die clan burg weil ich muss jetzt hier hinten wie geht man am besten vor 12 ok vielleicht brauche ich meine drei jetzt doch außer klaren burg mal sehen ihr seht der bogenschützentürme gibt einfach alles der macht alles kaputt okay dann nehmen wir die etwas besseren dann nehmen wir die etwas besseren die die auf jeden fall hier den wir den staff hier raus und wir können ja wieder anfordern sind immer leute im clan da hier tag und nacht braucht doch keine sorgen machen wenn keiner mehr da ist heino ist da und deswegen gibt es ja auch truppen der hat glaube ich auch noch ein account hier drin klarkrieg finde hier keinen ja in so einer konstellation mit 40 50 dörfern finden sie einfach kleinen karten vor allem wenn er dann oben noch ein 13 hast nur als spenden account den mit in den klarkrieg nimmt dann wird die suche erst recht gar nichts naja aber dass irgendwann begreifen die leute dass auch dass das nichts bringt wenn wir so einen mit reinnehmen ich glaube die suche läuft immer noch wir haben ja noch nicht ein einzigen klarkrieg gespielt wir haben jetzt ein 40er gestartet 50er 20 30er ist nützt alle nichts so lange hier oben so ein heino obwohl wir haben den kleinen rausgelassen aber der rathausunterschied ist jedoch schon schon enorm ja also ein 111 10er und dann kommen schon die vielen neuner rascher hier mal gucken wir gucken was man den kleinsten jahren oder hat immerhin die drachen auf 2 und auch die hockshoff 2 das sieht auf jeden fall nach einem erfolgreichen 7 aus mehr auch nicht dorfbesuch hier aller toto ok scheißdorf ich glaube es geht doch ums was nein ich finde russian ist auch nicht die lösung einer armee dauert ungefähr elf bis zwölf minuten ich habe jetzt mal auf die uhr geguckt und aber ich habe jetzt auch noch was anderes gesehen damit kann man sich natürlich auch noch ein paar sachen verdienen denn die events hier die im moment bei clash of clans gespielt werden gucken nicht weit genug rein die morgen sind ziemlich hart die events im moment bei clash of clans gespielt werden also die kleinen spielchen ihr wisst schon welche ich meine da bist du schon welche ich meine ich eigentlich immer ob der irgendwie so kleinburg hat weiß drei mal uns dann gebe ich meistens auf bei eben schauen sprungfalle checken kommt nix einmal erreicht oder er ist schon auf zwei erreicht okay dann können wir hier schon mal anblitzen würde ich sagen setzen wir hier mal unsere magie dahinter fünf stück müssen wir haben für das spielchen fünf stück brauche für spiel jetzt kommt da da kam die nicht tun also ok weil wahrscheinlich ja die die diesen da eben mit mit rein gepowert haben und weil ich eben gesehen habe es bringt überhaupt nichts wenn ich die mitnehmen schuldig da ist ja die kamera wenn ich die mitnehmen weil es ein ganz anderes spielchen gibt wo ich was ganz anderes benutzen muss zeige ich euch gleich aber man muss es nicht mehr so oft machen finde ich eigentlich sehr sehr schick und sehr sehr gut aber hier haben wir schon mal 23 pokale wieder im sack wir wollen also ein bisschen richtung 1250 gehen glaube ich das ist dann das nächste was wir machen müssen und wir müssen ja auch irgendwie die liga schmeißen irgendwie richtung kristall oder sowas oder gibt es vorher auch schon was müsste ich mal nachgucken wo es vorher ein paar gems gibt ansonsten muss ich mir was anderes spenden lassen aber da habe ich jetzt eben auch schon wieder gesehen junge 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 das wird dauern das wird dauern oder ich hole den eigenen spenden account rein denn ich habe ja mit meinen accounts immer alles ja ich habe alles weil ich nicht wasche also manchmal nicht weil ich manchmal nicht wasche und ich hoffe ich habe jetzt was auf dem tacho ja hier haben wir schon mal ein stehen zehn sterne müssen machen aber ich wollte hier rauf hinaus auf die dinger hier hier muss man nur noch fünf mal das ganze spielen ich kann mich daran erinnern dass das dass das vor gar nicht allzu lange zeit immer so zehn mal war oder 15 mal war je nachdem auch wenn diese events sind oder sowas aber das erste kann man schon mal nicht spielen weil unsere club zu klein ist das hier können wir tatsächlich spielen train könnte ich jetzt machen okay kann ich gar nicht train kriege ich nämlich erst ab rat aus level 9 ich glaube ab rat aus level 9 mal gucken ob jetzt kommt wieder der hass ob die jemand hat der heine oder oben hat die aber selbst der heine hier hat sie nicht ja der heine hier hat sie auch nicht und haben die eigentlich schon mehr truppen als ich oder 150 160 ok da habe ich bald mehr mit meinem 6er naja da komme ich auch nur auf 150 aber es hat hier keiner diese baby drachen das heißt ich kann sie ruhig fordern außer der heino der kam mir die geben und dann kann ich mir die fordern ich könnte mir natürlich auch selber ich kann sie mir noch nicht mal selber gem ich habe ja nicht mal ein gem boost hier oder so weil ich immer noch nicht im pass bin also muss ich die so nehmen wie sie halt sind und aber ich mache trotzdem ein bisschen weiter dass wir hier in die pokale ein bisschen bisschen wenigstens dran bleiben aber wie gesagt ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem dorf es dauert halt ziemlich lange immer noch ich finde eigentlich immer noch etwas zu lange wenn man durch max wenn man nicht durch max geht es immer noch recht zügig dass man die nächsten rataustufen erreicht aber das ist auch immer ein zweigleisiges schwert also der eine sagt ja ich war schon nicht ich mache auch alles mal ganz brav fertig ich setze halt auch ganz andere kriterien später fehlt mir die zeit um hier die mien und sammler erst mal auf zehn zu bringen da habe ich dann keinen bock drauf weil ich möchte dass was anderes wächst helden muss ich dann irgendwann machen ein danach zwei stück und dann möchte ich mich nicht mit dem mien und sammler beschäftigen nur weil ich die jetzt danach level muss die laufen immer ganz nett über nacht ich lasse es einfach mal über nacht laufen oder ich stoße das ding morgens an die die jetzt noch dran sind die laufen jetzt zehn stunden immer das passt immer ganz gut weiß dann schmeiße die morgens zum frühstück zum kaffee an um sechs und dann weiß ich dass ich in zehn stunden irgendwann mal wieder hier rein gucken kann dann sind die fertig bis dahin habe ich hier nichts gemacht weil natürlich hätte ich ein bisschen fahren können ich will aber ein paar pokis machen und da dauert jetzt sogar schon die suche lange wie wird das erst sein wenn ich mit dem rathaus 6 nach titen gehe junge 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 war natürlich ein scherz okay ich kann nicht mehr so viel pokale aber ich glaube 1250 sollten wir in jedem fall hier mit dem fünfer noch hinbekommen und das ist natürlich cool hier naja hat aber auch schon zwei ok das ist ein bisschen heavy das ist ein 22 22 so ein müssten wir eigentlich ganz gut packen ich habe es natürlich gar keine klaren buchner ich habe natürlich ja jetzt ich habe gar keine klaren buch und mein blitz zauber ist erst auf zwei auf drei ist auf drei ich könnte den ich glaube ich kann den level muss ich gleich mal schauen ich glaube ich kann den nämlich level passen mir die pokale drücke ich die immer weiter und verliere immer ein bisschen gold das war nicht so schlimm das ist echt wenig nur im hintergrund baut er jetzt schon die nächste armee und ich hatte gesagt 135 armee circa elf bis zwölf minuten der erscheint mir doch sehr sehr einfach hier ein margertum da zwei von denen da ok was ist denn eigentlich wenn wir wenn wir wenn wir hier mal rangehen aber ich hätte ich hätte die auch da reinsetzen könnte ich auch toll ich hätte die auch da reinsetzen könnte ich otto so die luftabwehr muss nämlich erstmal weg und danach machen wir ganz in ruhe dem margertum würde ich sagen danach machen wir ganz in ruhe dem margertum erst zwei da und dann machen wir hier den rest drauf obwohl der rest drauf war jetzt auch ein bisschen doof jetzt habe ich mir zwei marge gesetzt das sollte aber noch passen das sollte noch passen hier hinten ist noch ein bisschen def ja aber die können wir jetzt auch über lumpen hier mit ein paar bogies und hier hinten auch okay luftabwehr ich glaube mit acht bogies christ noch nicht mal mehr den dem bogietum hier da müssen wir noch zwei margertum zusetzen und dann können wir hier schon unsere unsere ja miniens wollte gerade sagen unsere kobolde setzen die habe ich auf jeden fall immer dabei leute die solltet ihr auf jeden fall auch immer auf max level haben dann seid ihr auf jeden fall immer auf meiner friends ist ganz ganz weit oben wer die kobolde max die kobolde das ist die truppe hier die die cloud keine frage die das am schnellsten vor allem gemacht es gibt noch ein spiel mit schleich hieß das könnte ich natürlich auch machen aber schleich kobolde wird auch noch gar keiner haben kann ich mir wüsste ich jetzt so nicht wer wer die hat oder wer wer das sich schon erspielt hat ich kann selber wie gesagt die eigene spender auch noch nicht aktivieren weil ich muss erst mal hat das level 7 werden um hier überhaupt ein bisschen weiter zu kommen sowohl laufen die hin die laufen jetzt so klar und da kommen jetzt für uns raus werde nicht ganz schatz entschuldigt bitte das wollte ich nicht sagen aber irgendwas habe ich auch geahnt war ja so klar es war ja so klar und riesen ja 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 aber ich habe noch magier da unten dabei ein magier noch und die riesen laufen einfach jetzt durch macht das mal und der der riese läuft sogar den riesen hinterher der geht von den magiern und von den bogenschützen ab und dann sollten das auch 100 prozent sein aber das ist immer wieder das ist immer so murphy das murphy das gab noch mal 43 on top 16 17 pokale schon sind wir wieder voll wir haben auch wieder vollen bonus hier und das ist auch jeweils voll hier können wir noch ein bisschen leveln der geht nämlich auch auf vier das auch ganz schön lange dauert jetzt auch schon zwölf stunden leute also kurz ist was anderes würde ich sagen also es dauert doch ganz schön lange bis man hier so ein bisschen zugang kommt ich habe 812 ich bin lieber hurra aber was muss man eigentlich hier machen damit wir unsere richtig vielen gems bekommen da 450 archive total auf 1052 truppen trophies also die müssen machen für 450 gems sollten wir aber irgendwie schaffen das sind jetzt noch mit 200 450 450 440 438 sollten wir irgendwie packen wenn euch die folge ganz gut gefallen hat dann lasst man von daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und dann wünsche ich euch ein wunder 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 schönes wochenende seit den leistungs auf jeden fall am wochenende dabei ich blende euch das da jetzt noch mal ein damit ihr auch ganz genau bescheid wisst wann ich denn online gehe ich habe da auch ein scheduler also die normalen online zeiten noch mal um das zu sagen montags mittwochs freitags schaffe ich montag mittwochs freitags nicht gehe ich ganz gerne auf ausweichtage am besten bleibt ihr da bei mir auf dem discord da gibt es auch den link in der beschreibung unter dem video hier und dann wie gesagt wünsche ich euch ein tolles wochenende bis dahin ciao ciao euer toto clasht